Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von TV Schwerin, MV1 und alle anderen europäischen angeschlossenen Rundfunkstationen. Was musst du für dein Leben lernen? Abgeben, 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 abgeben und bloß nicht festhalten. So ist es jetzt auch unserem Volker gegangen, dem Volker Kauder. Also der hat ja jahrelang die Kooperation, die Fraktion so zusammengehalten in Berlin. Dass sich ja Begriffe, die er geprägt hat, in unser Sprachgedächtnis für ewig eingebrannt haben. Eine Kaudalition wird da in Berlin gemacht oder Kaugummi. Also man muss sagen, er war wirklich derjenige und plötzlich ist er weg. Absolut. Deshalb sagen wir dir, halte nicht so lange an Dingen fest, sondern versuche sie irgendwann auch fliegen zu lassen. Wir fragen an dieser Wahl, Kauder, Kauder, Kauder noch oder hat er schon geschluckt? Volker, wir wünschen dir alles Gute und mal sehen, wie es weitergeht. Hau rin und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Übrigens, dass das alles mal ein Ende nimmt, das siehst du hier in Schwerin an der Brücke. Da bist du viele Jahre rumgefahren und bist weitergekommen. Jetzt auf einmal ist es vorbei. Und wenn du da denkst, man braucht eine Brücke oder man braucht dich, dann irrscht du dich. Es geht auch ohne. Werden wir sehen. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.